Lösungen heute für die Welt von morgen. Köse da! Das Ansehen eines Unternehmens ist das Ergebnis seiner Vision und seiner Werte, mit denen sie der Gesellschaft, der Umwelt und der Wirtschaft des Landes langfristig und nachhaltig einen positiven Beitrag leistet. Gestartet 1978 als das erste Unternehmen in der Türkei als Hersteller im Bereich Geflecht und Zaun und fokussiert auf Kundenzufriedenheit und Effizienz, agiert Köse da! im Bewusstsein seiner Verantwortung und Stellung als Gründervater einer ganzen Branche. Köse da, das seit seinen Anfängen stetig wächst, bestimmt mit seiner zielstrebigen Arbeitsweise, seinen innovativen Lösungen, seiner breiten Produktpalette und der steten Nutzung modernster Produktionstechnologien die Trends der Branche. Dank innovativer Lösungen ist Köse da! in der Türkei das erste und einzige Unternehmen, das staatlich als Forschungs- und Entwicklungszentrum anerkannt ist. Köse da! bedient den Weltmarkt mit seinen Patenten, entwickelt auf dem neuesten Stand der Technik im eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum, seinen angesagten Modellen und seinem industriellen Design. Als ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Einzäunung in allen Bereichen, steht mit seiner breiten Produktpalette bei seinen Partnern für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit seiner mehr als 40-jährigen Erfahrung in der Branche führt Köse da vielfältige Projekte von strategischer Bedeutung durch. Wie zum Beispiel internationale Grenzzäune, Hochsicherheitsprojekte, Logistikanlagen, Industrieanlagen, Wohn- und Gewerbegebiete sowie Sportanlagen. Köse das patentierte Erfindung KADAK, das erste solarbeleuchtete Zaunsystem der Welt, hat sich bei vielen prestigeträchtigen Projekten zu einer festen Größe entwickelt. Zusammen mit Sibatec, gegründet 1997 als Schwesterunternehmen, integrierte Köse da physische Sicherheitssysteme mit elektronischen Sicherheitssystemen, um umfassende Lösungen im Bereich Perimeterschutz anzubieten. Köse da produziert alle Produkte in eigenen Anlagen mit weltweit anerkannten, fortschrittlichen Maschinentechnologien. Von der Auswahl qualitativ bester Rohstoffe bis hin zu allen Stufen im Produktionsprozess liegt der Fokus auf Kundenzufriedenheit. Produkte unter tattoo GEWE, Köse das Erfolg beruflich, auf seinem lösungsorientierten Experten-Team. Bestehend aus sich ständig fortbildenden, visionären Mitarbeitern und den ethischen Grundsätzen einer mehr als 40-jährigen Erfahrung. Mit einer der modernsten Lackieranlagen der Welt ist Köse da das erste Unternehmen in seiner Branche, das in seinen Produkten eine Nanobeschichtungstechnologie einsetzt. Nanobeschichtung ist ein einzigartiges Verfahren der Oberflächentechnik, das die Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Oberflächenqualität der Produkte verbessert. Köse da 1978 in einer kleinen Werkstatt mit großen Träumen angefangen, exportiert heute in über 70 Länder und ist stolz darauf, unser Land als türkisches Unternehmen auf dem Weltmarkt zu repräsentieren. Köse da – wir sichern Ihre Zukunft! Köse da – wir sichern Ihre Zukunft! Untertitelung des ZDF, 2020